Herzlich Willkommen zum dritten Part in diesem Let's Play. Wir spielen heute weiter Life is Strange und in der letzten Folge, wenn ihr euch daran erinnert, waren wir auf dem Klo und haben dort dieses Mädchen getroffen, welches von Nathan erschossen wurde. Und gleichzeitig haben wir auch endlich unsere Gabe bekommen, das Zeit zurückspulen und dann wollen wir den beiden doch gleich mal nochmal auf dem Klo begegnen und wollen vor allem dieses Mädchen retten. Aber vorher wollen wir nochmal mit der Kate sprechen und mal gucken, ob sie jetzt was anderes zu sagen hat, beziehungsweise ob wir was anderes zu sagen haben. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, um, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Okay, also was anderes zu sagen, haben wir nicht zwingend, aber die ganze Sache brauchen wir jetzt nicht immer angucken. Aber wir können nochmal mit dem Mr. Jefferson quatschen. Excuse me, Mr. Jefferson, kann ich mit dir für einen Moment sprechen? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Uh, yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about a thousand pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. So, dann wollen wir nochmal die Zeit zurückspulen. Steuerung. Los! Ja. So, deine letzte Aktion wird auf der Leiste markiert, aber ich dachte jetzt rechte Maustaste war zurückspulen. Naja. Dann wollen wir nochmal mit ihm sprechen. Alle guten Liegen sind drei. Aber wir überspringen das jetzt mal. John Lennon sagte. Na, was sagte er denn? Ich bin auf dem Weg. Aber ich glaube, John Lennon once sagte, dass Leben ist, was passiert, während du andere Pläne machst. Max, du bist auf dem Feuer heute. Alle die richtige Antworten. Gut. Mach sicher, dass du es enden arbeitest. Ich habe Hoffnung in dir. Hier war der 4K-Fernseher von Mr. Jefferson. Ich hoffe, ich habe genug Zeit, um ins Bett zu kommen. Ich hoffe, die Zeit reißen. Bitte, bitte. Ich kann niemandem sagen. Sie werden denken, ich bin verrückt. Aber bevor wir dahin laufen, können wir jetzt doch nochmal... Oh, ich will da durch. Nein, nein, nein. Vater. Los, komm mal. Komm. Mach mir die Tür auf. Ich bin zu blöd dafür. Na, kommst du? Kommst du? Ja. Kommst du? Oh, verdammt. Einfach sowas wert. Ich kann nicht die Mädchen in der Pfennung sterben. Mann, ja, okay. Aber vorher gucken wir uns noch das vermissten Poster an. Wenn ich nicht in die Pfennung zu gehen, wird eine andere Mädchen in der Pfennung sein. Okay, überredet. Ich renne ja schon. Ich bin nicht überrasch, ich bin nicht. Ich glaube, ich bin nicht überrasch, ich bin nicht mehr auf. Ich bin nicht überrasch, ich bin aber nicht überrasch. Ich bin nicht bei mir. Danke, ich bin ja schon. Ich berth Ich bin der Mann, der sich nicht so gut verletzt. Ich kann mich nicht sagen, dass ich alle, Nathan Prescott ist ein Punk-ass, die wie ein kleine Mädchen und sich mit ihm spricht. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du bist. Du wirst nicht wissen, was du machst? Du wirst nicht das tun? Komm, du wirst das Ding runter! Wowser, es passiert wieder. Du wirst mich nicht mehr in die Leute versuchen, mich zu kontrollieren. Du wirst in die Leute mehr Probleme für das, das ist ein Psycho. Ich bin zu Angst, dass du nicht mehr auf den Punk-ass bist. Du wirst nicht mehr auf den Punk-ass, würde ich nicht? Du wirst nicht mehr auf mich, Psycho. Da war ich wohl zu langsam. Ich will mir nur mal alles zurück. Schnelle nehmen. Komm mal Beilung. Und schnell den Feuerlamm auslösen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das nicht passiert. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nur eine Frau getötet, und dann sie zu retten. Was ist passiert? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hey! Hörst du den agrischee grasp? Deist du junto bist. Ich musste den applieden. Mädchen ver Often verbläran. whom linger? Für überhaupt dust bist. Den pan hast mich ADHD outroyst Poisотgut! Komm gut aus dir aus Alma. Oder schaust du etwas? Danke, Herr Madsen. Die Situation ist unter Kontrolle. Es gibt keine Umgebung hier. Lass Frau Caulfield alleine, und bitte auf den Alarm, denn das ist dein Job. So. Jetzt konnten wir zum Glück noch das Schlimmste verhindern. Und... Mann. Ich hätte mir so gerne noch alles hier angeguckt. Ich hoffe, wir können doch mal irgendwie hier rein. Und uns all die Plakate, all die Poster, die Vermisstenanzeige hier nochmal angucken. Aber ich glaube, vorher müssen wir mit Direktor-Rails quatschen. Ich weiß schon, was uns erwartet. Schauen wir uns ihn aber erstmal an. Principal Wells, always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. You look a little stressed out. Are you okay? I'm... I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max? Talk to me. Oh, verdammt. Verbergen wir die Wahrheit oder melden wir ihn? Hm... Eigentlich müssten wir das melden. Aber wir können's nicht beweisen. Ich glaub... Ich glaub... Ich glaube, das erste Mal ein Studenten hat mir benutzt. Das ist die Wahrheit. Ich fühle mich in der Klasse. Ich fühle mich auf dem Professor Jefferson. Ich glaub, was du schüttest. Du kannst mir glauben. Da ist nichts zu schüttest. Ich habe Angst. Es passiert, du kennst. Ich glaube, was du schüttest. Das ist das Team 2 wieder. Ich habe genug gehört. Ich glaube, dass ich nicht weiß, was hier passiert ist. Du hast nur hier drei Wochen gelassen, und du hast bereits ein Konflict. Ich glaube, dass deine Eltern nicht so gut. Wenn sie herausfinden. Jetzt raus mit der Klasse. Bitte. Nein. Er hat das überhaupt nicht kaufen. Ich könnte mir einfach auf meine scholarship nach dem Toiletten. Ich glaube, ich könnte es wieder einmal und sagen ihm die Wahrheit. Max, du gehst raus. Du gehst raus jetzt. Ja, wir lassen es erstmal dabei. Und... Linke Maustast, um das... Schulgebäude zu verlassen. Mann. Irgendwie fühle ich mich mit der Entscheidung nicht wohl. Aber wir kriegen ihn auch. Gut. Die Rachel. Nach der gesucht wird. Die Rachel. Nach der gesucht wird. Diese Person wird in dem gesamten Spiel auch noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Jedenfalls in der ersten Episode. Die anderen kenne ich ja noch nicht. Vermisst. Vermisst. Verschwunden aus Arcadia Bay. Vermisst seit Montag, dem 22. April 2013. Sonstiges. Alter 19, Größe 165 cm, Gewicht 50 Kilo, Haarfarbe, Blond, Augen, Haselnussbraun, Tattoos eines Drachens auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber. 19 Jahre alt. Wenden Sie sich mit Informationen bitte an Sherris von Arcadia Bay. 555 388 6020. Ach Gott. Die Dinger liegen ja hier überall verstreut. Posters über Posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Na klar, die wird vermisst. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag, die Bigfoots lassen die Erde erzittern. The Bigfoots vs. The Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr, Blackwell Platz. Komm als Bigfoot, gewinn einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Die beste Pizza in Arcadia Bay. Ein Stück plus ein Getränk. 3,50 Dollar. So, anscheinend befinden wir uns jetzt vor der Schule. Vor Blackwell Academy. Und ja. Oh. Warte mal hier. Wie spürt du denn was? Kann ich nicht sehen da oben auf der links. Aber die Statue. Oh. Ich hab ne Nachricht vom Varen. Warte mal bevor er mein Telefon öffnet. Okay. Dann lesen wir die nochmal. Kann man nochmal hochscrollen? Ach Gott. Willst du nach dem Unterricht nen Kaffee? Ich brauch ne Ausrede. Nicht zu lernen. Bitte. Sieh dir auf jeden Fall Necromantik auf dem Stick an. Mwahaha. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment. Ich muss für den Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignorier diese Nachricht nicht. Hey Max, kannst du mein Stick mitbringen? Brauche Infos. Und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich seh dich auf dem Parkplatz. Bistin cool. Was, bin cool? Wirst schon sehen. Meine Kamera ist... Meine... Jetzt nochmal. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Papa? Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Immer dieser gute Daddy. Die... Die Kate? Guck mal was da mal. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer. Alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut. Ich hab ab 4 Zeit. Bis dann. Und was möchte die Mama? Herzlichen Glückwunsch. Maxine. Wir können's nicht glauben, dass du schon 18 Jahre... Bist. Bei uns bist. XO. 18 Jahre bei uns bist. Okay. 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 Ich bin besser in meinem Haus und den Flaschdruck zu holen. Not all Zeus. Wanda are lost. Wanda? Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Achso. Ach das ist die erste Seite. Ups. Jetzt war ich eins zu weit. Nicht. So. Wir haben auch zwei neue Personen. Einmal den David. Wow. Der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Oh ja. Ja. Der Typ ist echt äh. Schrecklich. Und. Nee. Wann machen wir hier nicht noch ne... Na. Den Direktor nämlich. You are not the boss of me. Der Direktor der Blackwell Academy. Und jetzt haben wir hier natürlich auch ein paar Leute. Die Fotos. Und da. Der Kopf. Das ist doch sicherlich. Das hier. Schauen wir uns erst mal an. Ich wüsste, dass die Blackwell-Founders schütten würden, wenn sie die heutige Studenten-Body sehen würden, wie Zombies auf ihren Telefonen. Hm. Machen wir gleich nochmal ein Foto davon. Für unsere Sammlung. Yeah. Tagebucheintrag. Das ist das Foto. Jetzt kommt noch ein kaputtes Skateboard. Ein... Eichhörnchen. Denn irgendwie... Ein Zimmer. Ja. Das ist ein großartes Bild. All diese ripplen grünen Koine. Ich hoffe, dass alle ihren Wunsch bekommen. Ach ja. Immer ein Wunsch. Dieser schöne Wunschbronn immer. Das ist ein Zimmer hin. Das war so schlimm. Das ist so schlimm. Alles ist zu viel. Das ist zu schnell. Und keiner macht Sinn. Das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Und keine Ahnung. Das ist eine Art von den Wunschung. dann bin ich nicht in der Nacht. Das bedeutet, dass ich irgendwann mal wiederholt habe. Also muss ich ein Grund sein sein. Und ich muss wissen, warum. Ich glaube, jetzt passiert hier nichts mehr. Nee. Aber ich denke mal, das ist doch wieder eine gute Stelle. Um diesen Part erstmal zu beenden. Und im nächsten Part erkunden wir dann erstmal hier den vorderen Bereich der Blackware Academy. Also den Vorhof oder diesen Hof, der da vorne ist, auf dem wir uns hier gerade befinden. Wir quatschen dort mal alle und mal gucken, wen wir dort noch so finden. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Einschalten. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Oder einem Kommentar. Oder beide. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.